Guten Tag, mein Name ist Cem Ali Gülteckin. Ich bin Schauspieler und möchte was für die Gemeinschaft tun. Neuerdings brauchen Kinder für die Schule einen Test, der nicht älter sein darf als sechs Stunden. Da habe ich mich freiwillig gemeldet. Jetzt mache ich die Tests für die gesamte Nachbarschaft. Nachts um zwei geht's los. Da gehe ich dann von Haus zu Haus, klingel die Nachbarn wach und hole die Kinder nacheinander aus ihren Betten. Dann stecke ich ihnen so ein Teststäbchen in den Hals. Manche bekommen davon einen Würgereiz, müssen sich übergeben. Da kümmern sich dann aber die Eltern drum. Morgens um fünf ist die Runde zu Ende. Dann gehe ich nach Hause, hole meine Kinder aus dem Bett und teste sie. Und weil es sich im Grunde danach nicht mehr lohnt, ins Bett zu gehen, lasse ich sie bis sieben Uhr vorm Haus stramm stehen. Dann geht sie in die Schule. Ist für uns alle nicht einfach, aber das ist unser Beitrag im Kampf gegen die Pandemie. Deswegen bleiben Sie gesund und überlegen auch Sie, was Sie tun können für die Gemeinschaft.